Ab dem 1. August 2014 ist diese hier angebotene Einzimmer-Mietwohnung bezugsfrei. Die neuwertige Etagenwohnung liegt in Münster. Das im Jahr 2008 erbaute Haus verfügt über vier Etagen. Die Wohnung befindet sich in der dritten Etage und wird über eine Fernwärmezentralheizung beheizt. Die Immobilie ist barrierefrei zugänglich. Das Objekt hat einen Personenaufzug. Die Wohnung verfügt über einen Balkon, ein Schlafzimmer, ein Badezimmer, eine Einbauküche sowie einen Parkplatz. Die Etagenwohnung umfasst eine Wohnfläche von ca. 38 Quadratmetern. Die Gesamtmiete dieser Etagenwohnung beläuft sich auf 504 Euro. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher. Wir gucken jetzt ungefähr die Nachmittag-Kirche. Drogenküche 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 Bis zum nächsten Mal.